Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Path of Exile nach dem Überstürzende der letzten Folge. Nein, du meinst nach dem Umgestürzen von Weihnachten. Ich mach's krasant. Was? Ich bin jetzt schon wieder traurig. Du wirst die Folge jetzt schon beenden, ne? Ja, Willa. Oh mein Gott. Ich muss erst mal ein Skill folgen. Das ist jetzt nicht so gut im Kopf. Ich hab's gelernt. Ich habe gelernt. Ja, aber ich war deponiert. Nein, das bist du nicht. Doch, war ich. Nee, das bist du aber nicht. Hör mir mal zu. Oh mein Gott, diesen Stab brauche ich. Hier sind komische Menschen. Das glaub ich dir. Du gehörst dazu. Ach, das ist, es gibt Two-Handed Maces? Ach so. Ah, ja. Ich dachte, Mace wäre Mace. Labyrinth. Na ne, mit einem Two-Handed Mace will ich nichts zu tun haben hier. Das ist Diskriminierung. Irgendwie, irgendwie ist das Gefängnis verwirrend. Findest du, ich find die ganzen Karten hier auf Perfix sind ein bisschen verwirrend manchmal. Also die sind ja wie in Diablo 2. Das ist ja nicht schlecht. Ja, ja. Ja. Und Diablo 2 hast du ja genauso ne Map. Irgendwo hier ist Brutus, der Mächtige. Bruce allmächtig. Nein, Brutus. Brutus allmächtig. Nein. Brutus war der Sohn von Cäsar, der Cäsar umbringen wollte. Oh, das ist aber sehr tragisch. Ein Brenner, die haben Lust. Nein, ich hab ihn angezündet. Ach so. Ich kann nämlich Leute anzünden. Oh, du kannst Leute anzünden. Ja, man macht sie ganz heiß, ne? Sunfire Cape Schaden oder wie? Ne, ich kann so ne Feuerfalle vor mich setzen. Wenn dann Gegner da reinrennen, dann klatscht ich zusammen und zündig die anderen. Nett. Nett, nett. So. Ich hab irgendwie das Gefühl, ihr laden alle, die per Perfix folgen, alle irgendwie voll random hoch. Hä, ich lad die immer samstags und sonntags hoch. Aber Mr. Wanwan nicht. Ich, ich hab Aufnahmehochladestau. Hochladestau, das heißt, Mass Effect oder was? Ein Mass Effect, Mass Effect ist doch vorbei. Das ist seit nem Jahr um. Okay. Ja, jetzt sind wir beim Anfang hier. Das ist schlecht. Irgendwie laufen wir hier. Was ist das denn hier? Wir laufen im Kreis, Jungs und Mädels. Wir müssen hier irgendwo landen. Nein. Ach, das ist ja eine Lüge. Eine Lüge. Das ist eine abgefahrene Lüge. Lüge, Lüge, Krüge. Okay. Nee. 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 Das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Das sag ich, Mama. Gut. Das lässt du jetzt wissen. Ganz ehrlich und ohne Spaß. Hier unten geht's weiter. Glaube ich. Das darf ich jetzt nicht gesagt. Ja, guck mal, ihr lauft, glaube ich, falsch. Kommt mal, kommt mal hier zu mir. Das glaubt ihr nicht. Lässe, ich glaube, hier geht's weiter. Du glaubst, nein. Ich hab doch auch, ich hab grad die Map offen. Was machst du hier? Ich auch, aber ich weiß nicht. Chantal, Mendy. Serafina, Estefania, Celenta. Vielleicht gehen wir einfach wieder runter, weil ich glaub, es geht nur nach unten. Und dann halt. Das könnten wir natürlich auch machen, Serafina. Also. Halt einfach die Fresse. Warte, warte, warte. Das heißt, halt dein Maul. Erinnert mich irgendwie so an, erinnert mich so ein bisschen an Lenny, den Schlappschwanz aus, äh, Hitman. Auf, nach unten. Auf, nach unten. Hab ich doch gesagt, wir müssen nach unten. Ja, aber du, du warst doch der Einzige, der Rom wollte. Nein. Aber sowas von. Du mich aus. Nein, was ist denn irgendwie, was, was hast du dir in den Griff da weggelassen? Ich hab zu Nüsse gefressen. Scheiße, ich. Das geht nicht klar. Das geht überhaupt nicht klar. Was geht los da rein? Was'n los hier? Pam, pam, pam. Ich glaube, wir, dieses, das ist einfach nur, ist ein Trap, äh, ein Trap. Was? Ich hab'n Trap gefunden. Ich hab'n Trap gefunden. Ich hab'n Trap gefunden. Ne Trap. P-R-A-P. Trap. Ich hab' schon wieder zu viel Kacke in meinem Inventar. Kacke, kacke. Hab' ich immer. Aber ich hab' zu viel Kacke in meinem Brain, aber ist das so. Ja, das wär' klar. Ja, das wissen wir. Oh, ich hab' warte, ich muss mal Kacke in der Abnuhung. Aber weiche, meistens. Weiche. Durchfall. Wünsche, Wünsche, Wünsche. Was ist denn hier los, was ist denn mit deinem Grüneinwitz? Warum sind die hier alle? Sorry. Warum habt ihr mich schon wieder alle alleine gelassen? Weil du so langsam bist für uns. Ja, aber hier sind Gegner. Nein. Nein, hier. Hier sind Gegner. Ja. Ich könnte meine Türkenfreunde mich alleine lassen. Das ist jetzt rassistisch, dass du gerade deine Zombies als Türken genannt hast, ne? Ich hab' die Gegner, ich hab' die Gegner als, okay. Ja, das ist doch rassistisch, ne? Egal, was ihr seid, rassistisch, bleibt rassistisch. Ich bin nicht rassistisch, ne? Aber Rassismus ist nicht rassistisch, äh, ich weiß nicht. Ja, Rassismus ist nicht lustig. Naja, wieso? Ich find' es lustig, Flüchtlingsheime anzuzünden. Rassismus? Ja, aber total, das ist doch aber ein Spaß für die ganze Familie. Oh ja. Was ich immer lustig finde, ist eigentlich, wenn man das jetzt nämlich sich mal so überlegt, die, die jetzt Nazis sind, also die Neonazis, das wären mit die ersten Menschen gewesen, Hitler an die Wand gestellt hätte. Ja, eigentlich schon. Ja, klar, ja. Das ist halt so. Er würde weinen, wenn er wüsste, was für Menschen seine Meinung angriffen vertreten. Ja, das ist halt keine wirkliche Meinungs... So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Weißt du... Äh, nein, 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 irgendwas machen wir hier falsch. Warte, wir müssen wieder zurück. Da hinten ist doch irgendwo der... Untergang gewesen. Dieser komische Mensch mit dem Begriff. Und da war der, äh... Untergang. Der Untergang ist immer super. Äh, der Film ist... In Titanic oder was? Ne, der Film, der Untergang, der ist geil. Okay. Ich auch nicht, aber... Ja, der ist guter Film. Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Da kommt das Legendärste, nein, 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 weg! Da spielt einfach der beste Schauspieler, den ich je gesehen habe, für die Rolle Hitler. Harpe Kerkeling? Ich weiß doch nicht, wie der scheiß Schauspieler ist. Ich kann mir doch keinen Schauspielernamen merken. Das ist doch nicht Harpe Kerkeling. Huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Du bist nach oben gegangen. Ja, das wollte ich nicht. Warte, ich warte dir. Wir müssen hier irgendwo hin, also... Ja, äh... Irgendwo ist doch dieser... Irgendwo ist doch dieser Typ da hier gewesen. Ja, dieser Kack-Mensch. Ja, der ist wahrscheinlich nach Hause, nachdem er gesehen hat, was wir hier für eine Kacke machen. Ich bin traurig. Wurde geschlagen. Ja, verstehe ich. Alter, du klingst grad so scheiße, ne? Ja, der hat gerade sein Mikro in den Mund genommen. Ja, das klingt... Das klingt wirklich so, als würdest du da drauf rumkauen. Du weißt, man hört dich auch, wenn du halt, äh... Nicht... Das Mikro im Mund hast. Ach so, okay. Weißt du, man hat das eigentlich so ein paar Zentimeter vom Kopf weg. Ich hab's... So besser? Das ist nicht wie ein männliches Geschlechter. Musst dich im Mund nehmen. Ich weiß, es ist schwer für dich, aber... Naja, ich kann nicht widerstehen, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Was soll das denn für ein Räucher? Okay, das... Also langsam werde ich echt verstört, ich... Ich will nicht mehr, ich... Nein. Nein, damit beende ich jetzt einfach mal dieses ganze Let's Play mit euch. Ich will nicht mit euch was zu tun haben. Warum denn nicht? Macht euch Spaß, wir sind Gegner. Ja, stimmt. Ist ein Gegner. Machen wir mal. Ich hab sie angezündet. Hehehe. Ja, ihr seid wieder wo ganz woanders wo ich bin, ne? Das ist doch... Ja, weil wir in den richtigen Weg gelaufen. Ich hab grad inzwischen so ein Mikro-Stand fehlt da. Das ist echt schön. Zwei Karten grad. Ah, Kevin? Ja? Kevin, du hast ja viel FPS... Du hast ja viel FPS in deinem Minecraft Video gehabt. Also null und so. Ich fand's genial. Alter, ich war so in der Scheiße, ne? Mit Fraps. Ab und an mal, ja. Ich kenn's selber. Aber bei mir geht er meistens auf 21 FPS runter. Alter, lass mich mal an Eban aufnehmen. Ich hab einfach immer 60, wenn ich mit Fraps aufnehme. Ne, Fraps ist bei sowas manchmal echt so ne Kacke. Ja, es ist sehr FPS oben. Nö, gar nicht. Doch, total. Das ist das Schlimmste, was die Performance angeht von allen. Oh, ich merk da nichts von richtig. Also ich meine, ich nehm da mit Empire of Pokemon. Ja, es ist auch kein Spiel. Das zählt nicht. Hat keine Ahnung. Nimm's ja auch ungefähr 240p auf. Wahrscheinlich als Uhrdatei. HD. HD, HD. Ich nehm den HD auf hier. Ich mach grade 2K. Nehm den Full HD auf, aber egal. Jo. Ja, warum sollte ich in Full HD aufnehmen, wenn ich nicht Full HD hochlade? Ja, das ist sehr... Warum lädst du nicht in Full HD hoch? Ist die Frage. Weil ne 16... Weil ne 16K-Leitung dafür nicht angenehm ist. Hab ich auch. Und ich mach 2K. Ich nicht, weil ich noch was anderes zu tun hab, außer immer nur hochzuladen. Ehe nicht. Und er hat nen extra Laptop noch. Da kann er das nebenbei machen. Ich lauf mal hier durch die Tür, ne? Ja, aber das funktioniert. Trotzdem noch Internet. Er tut. Der hat online mir gedacht, wann haben wir hier gesehen? Ich konnte gar nichts machen. Was ist das denn? Hier ist ein... Hier ist einer im Chat. Der Chathaus. Corruption. Well, it's Legacy. Ja, ich hau ja schon raus. Ein J-Chopper. Und der Comanche hinterher. Äh, was wie? Ist Chopper von One Piece hier? I am no beast of burden. I am no beast of burden. Was? Sagt der. Ich käme. Hä, sind wir jetzt wieder hier? Was ist denn da? Ja, das ist hier echt verwirrend. Ich komm hier nicht weiter. Ich, ich kann... Ne. Äh, lass mal hier, äh, gucken, ob es hier weitergeht. Ne, ich guck mal hier, ob es hier weitergeht. Hier geht's weiter. Ich hab was gefunden, wo wir noch nicht waren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, habt ihr nicht geschafft. Doch, gerade eben. Naja, da ist Climbed. Sollen wir da reingehen? Warte, Climbed ist doch, warte schon mal. Ja, aber wir müssen explore the prison and kill Brutus. Wir müssen... Und wir müssen zum, äh... Und wir müssen zum Prisoner's Gate, also zum Thor. Das kann anders, was das hier nicht möglich ist. Ich bin verwirrt. Will, Climbed ist das das andere. Das ist das, wenn man da von außen reinkommt, das ist... Ja, das heißt, da müssen wir nicht hin. Ja, ich meine, aber es war irgendwo rechts oben, also rechts unten halt in dem Sinne. Irgendwo... Da muss doch dieser... Rechts oben, rechts unten, was willst du denn jetzt? Rechts? Ja, ich weiß, dass wir wissen, dass du rechts sein willst, aber... Nein! Aber die NPD nimmt dich nicht? Ja. Das ist aber schade. Ja. Das ist... Die nehmen halt keine Untermenschen. Ja, Entschuldigung, dafür bin ich denen zu links. Wahrscheinlich. Ja, er musste zwei Schritte nach rechts gehen. War dumms. War dumms. Dass da niemand mehr etwas sagt, verstehe ich. Ja, das war einfach einer der schlechte... Der war so... Der war noch schlechter als meine Witze, also von daher. Das ist schon schwierig. Das verstehe ich. Das ist schon echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Hallo, können wir auch mal auf einem Kreislauf und uns mal einen Plan überlegen? Hm, Plan war doch schon mal. Ja, das ist echt... Das ist wirklich gerade echt scheiße. Hä? Hier ist auch Appapösen? Das war doch hier irgendwo in der Nähe. Das kann doch nicht sein, dass... Ja, das war richtig nah beim Appapösen. Das weiß ich. Ja, das weiß ich auch. Aber wo kann... Wo ist das? Nein, das geht doch nicht klar, Mann. Das ist doch keine... Ist der Typ vielleicht einfach weg? Ja, der Typ ist wahrscheinlich weg, weil er aus diesen Links rausgegangen ist. Ja, aber die können doch nicht einfach die Tür weg machen. Doch, können sie. Egal, ich geh jetzt in der Appapösen. Scheiß drauf. Wir müssen hier irgendwo was... Wir müssen hier irgendwo finden. Irgendwo eine Route finden. Ja, hier im Appapösen, da laufen wir jetzt genauso im Kreis rum. Aber wir können wenigstens versuchen, uns da irgendwie noch irgendwelche Gänger zu finden, die... Wir haben hier gerade eben alles erforscht, Mann. Meinst du? Ja, weil meine Map ist komplett erforscht. Warte mal, Brutus war das nicht auch aus hier, äh, Devil May Cry? Brutus. Brutus, doch, das war, glaube ich, der Sohn des Brutus hier. Ähm... Kapapapala. Guck mal hier. Ich hab eigentlich keine... Nein, hier ist der Gegner. Okay, das heißt, da waren wir noch nicht. Hör mal auf. Hör mal, wer da hämmer hat. Hör mal, wer da hämmer hat. Wenn ich jetzt sagen würde, hör mal, wer da hämmer hat. Ist das gut oder? Nein, es ist Diablo. Es ist Diablo. Diablo 3, Diablo 3. Raper of Souls. Okay. Darüber macht man keine Witze. Ihr seid alle so still, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Sache. Weil deine Sprüche einfach von Mal zu Mal schlechter werden. Dafür bin ich geboren. Nein, du wurdest geboren, dass sich irgendwer abknallt. Du wurdest geboren, ich dachte, du wurdest im Glas gezüchtet. Ich wurde gespawnt, danke, ja. In den Monsterfalle. Ja, in der Monsterfalle. Wow. Ja, nur noch Zeiten, da war Minecraft nicht scheiße. Es ist doch nicht scheiße. Es ist nicht scheiße. Ich finde es mittlerweile so ein Müll-Game. Nee, warum? Es ist einfach so ein Müll-Game. Einfach weil die ganzen Updates ist einfach scheiße. Ich finde es einfach nur in den Zügel fügt. Nichts kaputt gemacht. Ich finde es einfach nur... Und es geht einfach nur noch um diese ganze Scheiß-PVP-Müll. Ja, das ist, das ist das ein... Aber du, ah, hier haben wir noch und hier waren wir noch nicht. Ja, aber wenn man den Singleplayer spielt, doch nicht. Ja, aber der Singleplayer, der ist mir zu leicht geworden. Ich meine, du findest... Ja, nee, wir haben hier alles erkundet. Du findest... Oh, hier waren wir noch nicht. Nee. Ja, wir haben alles erkundet, genau. Ja, ja. Wieso bei mir war die Stelle erkundet? Und dann hast du nichts gesagt? Ich hab das Tor einfach nicht gesehen. Wer redet denn da? Deine Mutter. Ja, das weiß ich. Wir reden Menschen. Ich mag keine Menschen. Mach das das auf! Ich hasse Menschen. Das ist... Das ist ein eingetragenes Warenzeichen der XLP AG, ja? XLP... War das nur Patentrechte, oder was? Äh, ja, das ist das Original-XLP, das ich... hasse Menschen. Plattform G? Ja, das... Könnt ihr mal die Lapper halten? Nein, können wir nicht. Aber unser Lord, Brutus, nears Redenheit. Ich kann nicht... Das Ding redet. Ich kann nicht... Das Ding redet. Dann... Easy, Partner. Warte auf! Weiter hier. Weiter, weiter, weiter. Echt? Echt, das Ding nicht? Ah, ja. Sehr interessant. Sehr... Ich will weiter... Ne. 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 Geh' in die Sand mit den wunderschönen Fästen, denen ich euch geben werde. Ne. Wo bist du denn jetzt schon wieder hinge... Oh mann. Wär ich oder was? Ja, du. Niemals. Wer sonst? Energy Chilled 27. Das könnte auch was für dich sein, so ein Energy Chilled. Das wäre... Ich hab schon ein Energy Chilled. Wieso, ist der von, äh... Red Bull? Ja, der ist von Red Bull. Ich trinke aber gerade Monster. Nein! Oh mein Gott, nicht um wieder dieses Thema. Wo seid ihr? Aber äh... Monster Punch. Ja, also nicht den grünen. Dann äh... Einen anderen. Wer ist das denn hier? Was seid ihr denn jetzt? Was seid ihr denn jetzt? Warum seid ihr schon schnell wieder weg? Das geht doch nicht. Oh Gott, ich bin da reingegangen. Vielleicht, weil wir natürlich ein Bier machen wollen. Ich bin da reingegangen. Hilfe, komm mal ein bisschen mit. The one... Ich komm hier nicht raus. Ja, seh' ich. Ich komm hier nicht raus. Komm mal bitte rein. Das ist auch super, wenn du da nicht rauskommst, dass wir da reinkommen. Ja, aber dann bin ich nicht alleine. Also ist Brutus. Ich werd... Hier ist Brutus. Ach so, dann müssen wir da rein. Okay, dann ist das... Okay, dann... Ah Gott, haut der rein. Der haut rein, ja. Ach du Scheiße, haut der rein. Ach du Scheiße, haut der rein. Ich hasse es irgendwie. Ich kann meine... Ich muss den Skill ändern. Oh, oh. Der kann einen ranziehen. Oh, da sind noch fallen. Seht ihr das? Was? Ja... Irgendwie... Ich hab eh immer das Gefühl, diese Zombies sind richtig verpackt. Aua! Das ist gerade deine Tage? Ich loote gerne, ja. Tut mir leid. Das Problem ist irgendwie meine... meine Heilflaschen sind gleich alle leer. Ich hab doch ein paar. Ich hab auch noch... Ich hab komplett voll noch. Alter, jetzt kommen auch noch Skelette vom... Von der Decke gefallen. Was soll? Ja, aber es gibt viel XP. Ja, ich hoffe, dass der... Dass das mega viel XP bringt, wenn wir den mal killen. Oh, oh. Also, ich hab eh... Also, ich hab eh... Ich kümmer mich auf den Deep Skelette teilweise. Ja, ich glaub hier grad einfach auf alles. Ich glaub nur auf den Gegner. Das kenn ich von eh... So gut wie jedem Spiel, dass man erstmal den... Hauptgegner töten muss. Ich bin wieder da. Ich bin dort gestorben. Oh, oh. Ey, ich hau auch auf den Gegner drauf an. Weil ich platz halt auch einfach zwischendurch... Äh... Diesen Battle. Ne, gar nicht. Ich glaub er platzt... Alter, wieso hab ich andere mal zu viel Standbilder? Okay. Ich hab Standbild. Ich hab... Ich hab grad einfach Standbild. Ich hab grad einfach Standbild. Nicht hier viel. Ich kann grad nichts machen. Ja. Ich hab Standbild. Ja, du bist auch raus. Oh, oh, oh. Das ist echt schlecht von dir gemacht worden. Das gerade. Natürlich kannst du... Halt doch einfach die Fresse. Ich kann da... Wollte ich grad sagen. So, ich logge mich einfach noch mal ein. Mehr hab ich auch nicht gesagt. Also... Easy Partner. Chill doch mal. Ja, ich... Ich komm ja schon zurück. Äh... Was ist denn... Maze? Ein Sceptor? Bitte wartet. Bitte wartet jetzt da. Oder komm zurück in die Stadt. Wir warten da. Warte mal irgendwas. Sceptor? Ähm... Ja. Fack dann aber eben Sachen in meine... Äh... Dingens, ne? Unidentified. Meine Kiste. Hm. Ja, ich brauch ein bisschen Stärke. Wie kann ich auf Stärke gehen beim nächsten Level? Ein bisschen. Muss man eben kurz in meinen Skilltree... In meinen... Wunderbaren Skilltree spucken. Strange. Ein bisschen... Strange brauch ich. Ah, da. Zehn Punkte zu Strange. Das ist gut. Dann kann ich einmal... Ja, ich... Wenn ich eh schon in der... In der Stadt bin, mag eben mein Inventar aus. Ja. Aber ich mein... Ich bin eh gerade... In der Stadt ist echt so ein Problem, ne? Das ist, äh... Das ist grottig eigentlich gemacht. Ich finde das echt... Hä, wieso ist das genauso wie in Diablo 2? Ja, aber ich finde es nicht so toll. Ich meine, das... Inventar kann ja schon... Eine gewisse Plätze-Limit haben. Aber dann nicht irgendwie so... Mit diesem ganzen, äh... Verschiebe-System oder so. Warte so, ich komm zum Prisoner's Gate. Ja, so wie bei Skyrim. Also dass du einfach so einen Wert von... Was sagen wir 100 hast und die Sachen haben alle ein Gewicht. Ja, genau. Oder wie war... Ich finde das... Es ist gar nicht so... Selbe. Ähm... Ich bin jetzt beim Prisoner's Gate. Ja. Und, äh... Und ich hab grad einfach bekommen... Talk-to-Tarklight. Ja, weil wir die... Weil wir die noch, äh... Bekommen haben. Wir müssen... Warte, wir müssen... Find the exit from the prison. Müssen wir jetzt. Travel to... Oh, ich kann jetzt... Travel to Lioness Watch. Und, äh... Follow the Emperor's Road. Lass mal alle... Einfach gleich mal alle zur Stadt treffen. Ja... Ja... Also, ich bin jetzt hier so alleine. Muss ich erstmal gucken, wo wir überhaupt hier... Theorie schon langen müssten, wenn wir... Irgendwie zu Hause kommen. Mal die ganzen Sachen hier einsammeln gucken, was das Beste davon ist. Ja, toll. Ich krieg davon grad nichts mit. Hm. Ja, das ist... Wie nenn ich mal Schicksal. Ja, und hier kommen einfach Gegner. Äh... Prisoner's Gate... Oh, scheiße. 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 Ja, ich bin hier immer noch, äh... Scheiße. 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 Scheiße die Wand an. Ich bin tot. Scheiße die Wand an. Du bist tot. Man scheißt keine Wände an. Das ist unsozial. Ja. Das müsst ihr euch... Das müsst ihr euch bei mir angucken, was mir passiert ist. Hahaha. Das müsst ihr euch angucken. Oh Gott. Wie sieht eigentlich die Folgenüberleitung aus, Mr. Warnbach? Ja, kann man machen. So, ich geh aber in die Stadt dafür. Dann... Wir treffen uns dann später. Wir sind dann in die meine Stadt. Und, äh... Ich würde mal sagen, dann bis zur nächsten Folge. Und, äh... Ich hab auf... Aufgehört. Ich seh'n. Hau da rein. Peace. Peace out. Kameradenschwein. 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 Du kannst grad so froh sein, als ich grad nicht mehr aufgenommen hab. Du hast das gesagt... Du hast das gesagt...